Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein paar Tipps zum Thema Hochzeits- bzw. Pärchenfotografie im Allgemeinen. Das soll heute kein spezielles Video zum Thema Hochzeitsfotografie sein, aber Tipps für Pärchenfotografie lassen sich natürlich genauso auf die Hochzeitsfotografie auch anwenden. Fangen wir vielleicht erstmal bei der Technik an. Selbstverständlich ist es immer von Vorteil, wenn ich eine Kamera nutze in der Portraitfotografie, die über einen möglichst guten Autofokus verfügt. Ich arbeite beispielsweise mit einer Sony A7 III, da funktioniert der Augenautofokus sehr, sehr gut. Natürlich noch nicht so gut, wie das bei einer A7 IV beispielsweise der Fall ist, aber für mich zumindest ausreichend gut. Beim Thema Objektiv geht es dann natürlich so ein bisschen darum, was möchte ich erreichen. Den klassischen Look, den alle Leute immer so toll finden, gerade Leute, die mit Fotografie nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, irgendwann legt sich das bei Fotografen auch mal, dass man da so erpicht drauf ist, ist das Thema Bokeh. Bokeh ist das, was wir erreichen, wenn wir sehr offenblendig fotografieren, und zwar dieser verschwommene Hintergrund, Lichtpunkte und so weiter und so fort. Das ist für den Laien natürlich das Nonplusultra in der Fotografie, weil es sehr hochwertig aussieht. Das sind Looks, die ich nicht mal eben mit einem Handy hinbekomme. Das versucht so ein Portraitfotomodus von einem iPhone beispielsweise. Der versucht, das digital quasi zu imitieren, also den Hintergrund verschwimmen zu lassen und den Vordergrund, sprich die Person, vom Hintergrund abzuheben. Das erreiche ich mit hochwertigen Objektiven, mit einer sehr großen Offenblende. Ich arbeite beispielsweise viel mit einem 85mm 1.8 Objektiv. 85mm ist auch schon mal eine sehr warme Empfehlung von mir beim Thema Portraitfotografie. Damit kann ich sowohl Ganzkörperaufnahmen machen, als auch sehr schöne Headshots. Das Gesicht sieht dadurch sehr natürlich aus. Wir haben keine Verzerrungen, wie beispielsweise im Weitwinkelbereich. Und Blende 1.8, da kriege ich schon ein sehr schönes Bouquet mit hin. Es gibt auch Objektive 1.4, 1.2 und so weiter und so fort. Je größer die Offenblende, desto teurer wird es dann auch. Es gibt beispielsweise auch von Sigma ein 35mm 1.2. Das ist so gut über 1000 Euro angesiedelt. Das ist natürlich ein Traum für jeden Hochzeitsfotografen. Ich kriege viel drauf und kriege trotzdem noch diesen Bouquet-Look. Das sollte man vielleicht auch wissen für alle Einsteiger. Je näher ich an meinem Objekt dran bin, desto eher bekomme ich eben diesen Bouquet-Effekt. Dementsprechend sieht es bei einem Telesoom-Objektiv, wenn ich auf 200mm bin, sprich relativ nah ans Objekt drangesoomt bin, auch immer nach einem schöneren Bouquet aus. Der Hintergrund verschwimmt noch stärker, als wenn ich mit einem 16mm-Weitwinkel arbeite bei der gleichen Blende. Außer ich gehe mit dem Weitwinkel sehr, sehr nah ran. Das funktioniert in der Portrait-Fotografie natürlich überhaupt nicht. Und sorgt dann im Regelfall auch für einen sehr unschönen Verzerrungseffekt. Ich arbeite jetzt hier mit einem ungerechnet 24mm Objektiv und ihr seht das schon, wenn ich jetzt meine Hand in Richtung Kamera bewege, dann wird die relativ unschön groß. Das ist der Verzerrungseffekt von einem Weitwinkel-Objektiv. Das habe ich bei einem 85er beispielsweise nicht. Also da sollte man sich vorher so ein bisschen darüber bewusst sein, was kann ich für Brennweiten gebrauchen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein 24-70mm-Zoom-Objektiv nutze, dann bin ich natürlich sehr, sehr flexibel. Ich zahle aber den Preis, dass ich maximal mal bis Blende 2.8 komme. Viel weiter gehen die Objektive nicht. Es gibt noch einen Canon 24-70mm-2.0, glaube ich. Aber wenn wir dann über 1.8, 1.4 oder 1.2er Offenblende reden, dann finden wir da im Zoom-Bereich natürlich nichts. Dementsprechend ist das immer so ein gewisser Trade-off. Möchte ich Offenblende haben oder möchte ich Zoom haben? In der Regel entscheide ich mich in der Portrait-Fotografie eher für die Offenblende. Was ich dann natürlich mache, wenn ich Hochzeiten fotografiere und mittlerweile eigentlich auch, wenn ich normal nur Pärchen fotografiere, ist, dass ich hingehe und zwei Kameras habe. Das ist natürlich auch für mich, deswegen arbeite ich mit einer Vollformat- und mit einer APS-C. Auch finanziell eine Frage, kann ich oder will ich mir zweimal eine A7 III leisten beispielsweise, die dann zusammen mal roundabout 4.000 Euro kosten ungefähr? Oder starte ich erstmal damit, dass ich mir eine hochwertige Kamera kaufe, mit der ich die Main-Shots mache und mir dann noch eine Mittelklasse-Kamera kaufe, mit der ich dann hin und wieder einfach mal auf dich switchen kann. Wenn mir die Festbrennweite jetzt gerade nicht für das Motiv taugt, was ich gerade fotografieren will oder die Perspektive funktioniert einfach jetzt gerade nicht auf 85mm, dann gehe ich auf ein Zoom-Objektiv. Oder vielleicht habe ich auf der anderen Kamera auch einen Weitwinkel und so weiter. Also Technik ist ein unendlich großes Thema in der Pärchenfotografie, aber am Ende des Tages, meine Empfehlung, nehmen wir hier ein 50er oder ein 85mm Objektiv und damit kannst du theoretisch schon alles machen. Du musst dich halt einfach ein bisschen mehr bewegen, als du es machen würdest, wenn du mit einem Zoom-Objektiv arbeitest. Alles andere ist ein netter Bonus, macht es einfacher. Du kriegst vielleicht noch ein, zwei Shots mehr, die du sonst nicht bekommen hättest. Aber für den Einstieg würde ich mir, wenn ich die freie Wahl hätte, einen 85er kaufen mit einer soliden Kamera, mit einem guten Autofokus, beispielsweise eine Sony A6400 mit einem 85er Objektiv und dann bist du eigentlich schon sehr, sehr gut bedient. Ja, soviel zum Thema Technik, kommen wir mal zum wirklich interessanten. Und zwar Thema Posing, Verhalten und so weiter. Ganz wichtig, wie ich finde, in der Portraitfotografie, unabhängig jetzt Pärchen oder nicht, ist die Kommunikation mit dem Gegenüber. Weil in der Regel fotografierst du keine Models, gerade am Anfang nicht, sondern du fotografierst Leute, die seltenst vor der Kamera stehen. Die haben da jetzt auch wahrscheinlich nicht so sonderlich viel Bock drauf, wenn man denen die Linse vors Gesicht hält und so weiter und so fort. Also du musst sie so ein bisschen aufwärmen. Wie ich das ganz gerne mache, ist, dass ich erstmal mit etwas Dynamischem anfange. Bedeutet, ich lasse das Pärchen von mir weglaufen, lasse das Pärchen auf mich zulaufen, bringe ein bisschen Variation rein, umarmen, gegenseitig anlachen, voneinander wegschauen, Händchen halten und so weiter. Also dieses Hin- und Herlaufen, ich blende euch parallel mal ein paar Bilder ein, kann man natürlich unendlich weit spannen. Und damit lockert man einerseits schon mal ein bisschen die Atmosphäre, das Pärchen ist ein bisschen in Bewegung, ihr steht nicht direkt mit der Kamera vor dem Gesicht und man kann schon mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Was ich nicht gerne mache, ist, hundertprozentige Anweisungen zu geben. Ich bin sowieso kein großartiger Freund von zugestellten Porträts, Thema Posing und so weiter, kann man machen, alles seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt kein Riesenfan davon, ein Shooting rein aus Posings bestehen zu lassen. Das sieht einerseits ziemlich gestellt aus meistens und andererseits ist das Posing, was ich von dem Pärchen verlange, vielleicht völlig unnatürlich für sie. Die würden sich niemals so dahin stellen in ihrer Freizeit. Dementsprechend gebe ich so ungefähr eine Richtung an, wie beispielsweise, leg mal deinen Arm um sie oder leg du deinen Arm um ihn. Und den Rest kann das Pärchen dann erstmal so ein bisschen für sich selbst machen. Wenn ich sehe, das kommt gar nicht voran, dann kann ich natürlich immer noch meine Anweisungen so ein bisschen spezifizieren, aber an sich versuche ich das so frei wie irgendwie möglich zu halten. Weil manchmal klappt das und manchmal muss man natürlich auch noch ein bisschen nachbessern. Das ist in der Regel so, gerade bei Leuten, die wie gesagt nicht sonderlich oft vor der Kamera stehen. Dann noch ein wichtiger Punkt, schnell sein. Habt eure Einstellungen parat. Das kann man auch gut bei dem Thema dynamische Fotos, wenn ihr da gerade so reinkommt. Macht die erste Runde vielleicht erstmal so als Testdurchlauf. Dann habt ihr das Pärchen ein gutes Gefühl, die müssen noch nicht hundertprozentig on point aussehen. Du kannst ein bisschen mit deinen Einstellungen rumprobieren. Und ja, dann groovt sich das so einigermaßen ein. Von mir auch der Tipp, es ist keine Schande vom M-Modus in den A-Modus zu wechseln. Man muss nicht alle Einstellungen manuell setzen, um ein guter Fotograf zu sein. Ganz im Gegenteil, mach dir die Technik, die du hast, bestmöglich zu Nutze. Du solltest jetzt natürlich nicht im Vollautomatik-Modus arbeiten, weil da meistens Dinge passieren, die du eigentlich gar nicht so haben möchtest. Was ich sehr gerne mache, ist folgendes. Ich gebe eine Blende vor. Das ist meistens die offenste, die ich habe. Kommt ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt ein 1.2-Objektiv nutze, dann reicht es meist von der Tiefenschärfe nicht aus, um beide gleichzeitig fotografieren zu können. Dann gebe ich in der Kamera ein, da gibt es eine Einstellung für in den ISO-Einstellungen, dass die Verschlusszeit der Kamera nicht unter ein 250. fällt. Damit ist man meistens relativ safe, kann man variieren. Ich mache das mit einer 250 und die ISO stelle ich dann auf Automatik. Bedeutet, die Kamera hat eine feste Blende. ISO ist halt so hoch, wie sie sein muss, damit das Bild korrekt belichtet ist. Und die Verschlusszeit ist immer mindestens ein 250 und geht dann so hoch, wie sie halt hoch gehen muss. Wenn ich die Einstellungen gewählt habe, dann kann ich eigentlich per se schon mal gar nichts mehr falsch machen. Ich mache dann über die Belichtungskorrektur, je nachdem wie hell es ist, minus 0,3, minus 0,7. Wie gesagt, Thema gute Kamera holt da natürlich, was den Dynamikumfang angeht, auch nochmal einiges raus. Meistens bin ich da so auf minus 0,3 in der Belichtungskorrektur unterwegs, um nichts ausbrennen zu lassen, um da sicher zu sein. Und dann brauchst du dir eigentlich für den kompletten Tag keine Gedanken mehr über die Einstellungen zu machen. Beim Thema Blende muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich lese das sehr oft auch in YouTube-Kommentaren bei anderen Leuten. Wie kriegt man das hin, dass ich offenblendig fotografiere und trotzdem noch alle Personen im Bild scharf habe? Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, da gibt es keinen Trick, außer den ganz einfachen Trick, dass alle Personen, die scharf sein sollen, auf einer Höhe stehen. Weil ansonsten, sagt die Physik, geht leider nicht, weil die Tiefenschärfe reicht eben nur bis zur ersten Person im Bild. Und die zweite Person, die dann meinetwegen einen halben Meter hinter der ersten steht, ist einfach der Physik wegen nicht mehr scharf, weil wir die Schärfentiefe so geregelt haben, dass sie genau hinter der ersten Person aufhört. Sprich, ich kann dem Ganzen nur so entgegenwirken, dass ich entweder darauf achte, dass alle Personen, die scharf sein sollen, auf einer Höhe stehen oder ich die Blende weiterschließe. Bedeutet, ich bin nicht mehr auf einer Blende 1.8, sondern ich bin beispielsweise bei Gruppenfotos auf einer Blende 8. Dann habe ich das komplette Bild scharf, habe natürlich nicht mehr dieses schöne Bouquet, aber ich bin sicher, dass ich alle Personen auf dem Bild scharf habe. Das ist gerade in der Hochzeitsfotografie, wenn ich irgendwie große Gruppen fotografieren möchte, ziemlich relevant, weil da kriege ich das natürlich nicht mit einer Blende 1.4 hin, dass ich da alle Personen mit scharf habe. Und ansonsten bemühe ich mich so natürlich wie irgendwie möglich zu fotografieren. Natürlich macht man auch ein bisschen Posing, aber auch da kann man versuchen, jetzt nicht streng nach Bilderbuch zu fotografieren. Kleiner Tipp vielleicht noch, versucht möglichst viele Berührungspunkte im Bild zu schaffen. Das überträgt quasi für den Betrachter so eine gewisse Nähe des Pärchens. Ein weiterer Tipp ist auch, pass ein bisschen mit den Händen auf. Wenn die sich beispielsweise von hinten umarmen, dann kann das ziemlich blöd aussehen, wenn du da vier Hände hast, dann sieht die Frau, die vielleicht von hinten umarmt wird, aus wie ein Oktopus, weil sie auf einmal vier Arme hat. Also da kann man auch so ein bisschen aufpassen, gegensteuern, dass man die Hände nicht, also dass man das Bild nicht überfrachtet mit Gliedmaßen und so weiter. Um das jetzt mal sehr einfach auszudrücken. Dann versuche ich meinen Models auch von vornherein zu sagen, versucht nicht nur in die Kamera zu schauen. Denkt euch einfach mal die Kamera jetzt für die nächste halbe Stunde komplett weg, weil auch das unterstützt zumindest ansatzweise den Gedanken, dass man eben nicht nur gestagete Fotos bekommt, sondern dass es ein bisschen spontaner aussieht, ein bisschen natürlicher und am Ende des Tages auch ein bisschen echter. Dann noch ein wirklich einfacher, aber klasse Tipp, wie ich finde, nutzt Vordergründe. Das mache ich in der Landschaftsfotografie genauso und das kann man auch in der Porträtfotografie anwenden, beispielsweise Störer zu verwenden, das Bild einzurahmen und so weiter und so fort. Ich verlinke euch ein Video zum Thema Bildaufbau, wo man eigentlich all das genauso übertragen kann. Auch die Drittelregel kann man anwenden in der Porträtfotografie, das Auge von einem der beiden oder von einem dann nur auf einen Drittelpunkt zu setzen. Bildaufbau ist auch in der Fotografie von Menschen ein ziemlich großes Thema, wie ich finde. Und da sind Störer beispielsweise, ich blende euch das parallel ein, schon sehr, sehr wichtig. Ja, das soll es soweit zu den groben Tipps und Tricks zum Thema Hochzeits- und Pärchenfotografie gewesen sein. Es gibt natürlich noch unendlich viele weitere Tipps, die ich jetzt nicht alle in einem Video runterbrechen kann. Ich werde zu dem Thema auf jeden Fall noch weitere Videos machen. Wenn ihr davon keins verpassen wollt, sehr gerne ein Abo auf dem Kanal da lassen. Wenn ihr irgendwie Fragen oder so zu dem Thema habt, gerne unten rein, dann versuche ich die in einem der kommenden Videos auch zu beantworten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, wie man sein Fotografie-Game beim Thema Porträt zumindest so ein bisschen anheben kann, auf ein nächstes Level bringen kann und so weiter und so fort. Und ich möchte nochmal an der Stelle klarstellen, ihr könnt auch mit einem Kit-Objektiv schöne Porträtfotos machen. Ihr müsst euch nur bewusst sein, dass diese richtig knackigen Looks, dieses extreme Bouquet, das entsteht einfach mit sehr, sehr teuren Objektiven in Kombination mit teuren Kameras. Das kriege ich eben nicht hin mit einem 28-70, was eine Offenblende hat, die bei 4-5 oder so anfängt, sondern das machen die Leute mit 85mm 1-2 Objektiven, wo es so richtig nach was aussieht. Und das muss man nicht haben, aber euch sollte bewusst sein, dass diese Looks eben auch sehr, sehr techniklastig sind. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.